Und wieder zurück! Er ist derjenige, der dir das beantworten kann. Und diese Person ist Jesus. Wir glauben, dass Jesus Christus die Antwort für deine Seele hat. Wir haben Menschen von all over der Welt. Wir haben Philippen, Norwegen, Spinnyspiegel, Deutschland. Wir haben Menschen von all over der Welt. Wir haben Menschen von all over der Welt. Vielen Dank.